Heute bin vom Gaming Boys Team nur ich dabei und deswegen wird der Stream auch heute nur von mir geleitet. Ich habe aber etwas Verstärkung dabei und zwar den Stefan. Hallo. Okay, er redet doch. Dann ist gut. Und ich habe gerade einen richtigen Fail, merke ich. So. Okay, im Hintergrund war noch Twitch offen bei mir. Das wollte ich eigentlich verhindern. Gut, wir spielen wie eben Titel umsetzt, Team Fortress 2. Der Stefan hat schon einen Server ausgesucht und ich werde ihm jetzt einfach mal schnell nachscheinen. Oder? Was sagst du dazu? Ja, ja, du kommst nachher. Gut, dein Server ist gerade voll. Okay, dann holen wir uns einen neuen. Dann holen wir uns einen neuen. Na, warte, jetzt geht's. Bist du rausgegangen? Ah, du bist rausgegangen, gell? Ja, ich bin rausgegangen. Deswegen konnte ich gerade schauen. Okay. Der KG auf einen neuen und du kommst nach, gell? Ja, passt. Nur für euch draußen. Ich habe das Spiel, glaube ich, einmal gespielt und das waren 20 Minuten. Der Stefan spielt das Spiel schon etwas länger, schätze ich mal. Wie viele Stunden hast du? So fast 200. Etwas mehr. Dementsprechend kenne ich mich in Team Fortress kaum aus. Ich habe aber ein paar Tipps bekommen von Stefan schon. Mal schauen, wie es läuft. Ich glaube, der Geistler kann auch gleich nachschönen, gell? Werden wir sehen. TeamSpeak ist eh offen für ihn. Und schon selber gefunden. Ja, bin ich schon rum. Kannst du joinen. Das ist auch voll bei mir. Sonst versuche ich es mal. Welchen Modus? Ja, also tun die join dir. Ja, Payload, das erste von auch. Okay. Ja, ich habe es auf Deutsch. Gut. Dann such du mal noch Server. Und er hat schon einen Server. Ah, das ist ein May. Gesamtspielzeit. Spy 26 Minuten. Sniper 3 Minuten. Das Server ist voll, Benny. Echt? Ja, irgendwie ist es ziemlich zart gerade. Mission startet in 30 Sekunden. Sonst spielen wir einen anderen Modus. Vielleicht sind da weniger Leute oben. Okay, ja dann. Neh mal King of the Hill. Ich gehe rauf und du joinst. Mach mal. Ah, jetzt habe ich eigentlich einen Geräusch. Äh, Sound wieder, glaube ich. Oder? Nö. Ich glaube, der ist klar, wie King of the Hill funktioniert, oder? Ja. Zumindest, wenn es wie in den anderen Spielen ist. Ja. Ja, man muss nur langen. Er steht sogar da. Ja, ein Team muss einen einzigen Eroberungspunkt kontrollieren, bis die Zeit abläuft. Oh, zwei, das ist der Platz, gell? Oh, ja, warte. Huch. So. Ja, es geht. Oh, das ist die geilste Map, die es für King of the Hill gibt. Ich spiele gerade von ganz neu an. Es steht nur 1-1, also eine neue Runde. Gut. Und komm ins blaue Team, wenn es geht. Los, verdammt nochmal. Ja, blaue Team geht nicht mehr. Ich kann generell kein Team wählen. Es ist rot, es hört nicht mehr. Ich kann kein Team wählen. Weder rot noch blau. Und dann wähle ein Team. Punkt und Team wählen. Äh, kann ich doch nicht. Hä? Was ist da jetzt los? Hat er... Oh, fail. Nee, ich kann nichts machen. Ich probiere Reet zu joinen, solange noch Plätze frei sind. Ah, das beginnt schonmal. Gut. Gerade eben ging es noch bei mir. Ah, jetzt. Aber ich bin im roten Team. Kann ich es ändern, das Team? So klar. Nee, okay, ich kann nur ins rote. Dann sind wir wohl gegeneinander. Freude, wenn du mein Messer im Rücken hast. Ähm, Jebsti, kannst du vielleicht nur kurz was über die Charaktere sagen? Du kannst ja besser aus, als ich. Ja, okay, was willst du denn spielen? Ja, von 1 bis 9. Scout. Also Scout. Er läuft einfach extrem schnell rum, dann doppelt springen. Und hat eigentlich wenig Leben. Okay. Und hat ein wenig zu schaffen. Oder man kann es nicht ändern, aber die meisten Waffen sind schafft für uns. Und dann ist gerade eine bei mir vorbeigelaufen. So, 1 Meter neben. Und ich bin unsichtbar und stehe vor einem eigenen Toten. Ah. Genau. Ah, ich hab mein Kill. Das ist laut, wenn wir gerade über das Graus gehen. Oh, es ist laut. Oh, okay. Ja. Das Spiel ist etwas... Komisch. Oh nein, ich bin gerade. Er war nur ein Gangstand erhalten, anscheinend. Nice. Mission endet in 60 Sekunden. Ah da. Ja. Und er hat mir dann Scout gemessen. Und er hat sich gerade... Den habe ich nicht gesehen gerade. Nein, 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 nein. Ah, er hat ihn tot. Ich sah gerade einen blauen Spy, der vor mir unsichtbar war und keinen Scout erwischt hat. Also das wirst du wahrscheinlich. Ja, ja. Und welcher? Was bist du für ein Charakter? Auf, Spy. Huch. Ah, ja. Da ist er blau bei uns im Spawn. Was, der Gastel ist da? Ja, ich bin der Threat der Lies. Okay. Ich muss natürlich die Lautstärke etwas leiser machen. Ja, es ist eh aus. Ah. Schande, schande, schande. Und ich habe ihn geistlich getötet. Geistlich sind mein Team. Ich habe dich und den geistlich getötet. Eine Frage. Beim Revolver. Macht der Insta? Nein, macht er nicht. Aber am Ende der Runde, wenn ihr verloren habt, dann machen wir euch mit jedem Schuss Insta. Das war die Demütigung am Schluss. Ah, okay. Ja, hat funktioniert. Ja, ich habe genau dich und den geistlich erwischt. Also, was will ich mehr? Das zeige ich jetzt nicht, was du willst. An einerseits. Genau. Ah, ja. Ah, glücklich ist auch Spy. Probieren wir wirklich Klasse ändern. Ja, ich habe dich. Ja, ich habe dich. Okay, ich habe schon. Was gibt es alles? Ja, auf Beistrich kannst du es ändern. Der ist halt cool aus. Ja, probieren wir mal den Granatentypen da. Granatwerfer. Huch, wir sind langsam. Soldier oder was? Der mit Granatwerfer. Den schwarzen da. Ach so, der ist dann in dem Moment. Das ist ein Hafenwerfer. Er hat manche Waffen, da kannst du werfen. Das finde ich nicht gut. Mit der zweiten Waffe ist das Dickey Bombs. Die kannst du dann auch auf den Kommando explodieren lassen, wenn du den spielst, was ich glaube. Okay, und wie ist das Kommando dann? Weißt du das zufällig? Aber ich auch, wenn du es mit links schießt, kannst du es mit rechts explodieren lassen oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Testen wir mal. Ah, ja. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil da kannst du voll die Eingänge zuspimen. Ja, kann ich. Und dann auch mal weg. Sprenger. Okay, der war gerade ein Spy, oder? Also, ich warte wieder auf den Geist, ich bleibst der wieder irgendwo. Ups, habe ich meinen eigenen erwischt? Geht das? Nee. Na, da kannst du das eigene Team nicht tun. Okay, aber das sah gerade so aus. Ah, nein, ich habe den Spy erwischt. Das habe ich, okay. Ah. Hey, ihr nehmt gerade unseren Finger, das ist nicht gut. Echt? Nein, das ist ja wohl gut. Oh, ich bin tot. Danke, Jepst. Ich bin jetzt ein Prometheus. Aber du bist sogar durch mich durchgelaufen, dass du mich sogar sehen müsst. Echt? Ja, Mann. Und dann, ihr wollt jetzt unbedingt töten, und auf einmal hat mich nachher ein Spy von hinten angerufen. Das war nicht so toll. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Take it easy with me. Kontrollpunkt verloren. Mission endet in 60 Sekunden. No scope. No scope. Ah, okay. Nee, kein no scope. Ein no Flammenwerfer scope. Hauptsache war 6-0-er-KD. Und ihr habt eine... Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt Red-Hitungen, das weiß ich. Ah, verdammt. Umbachwort. Feuer-Typen... Wie heißt der? Pyro. Oh, ich habe einen no scope erwischt. Alarm, Angriff auf den Kontrollpunkt. Ob der Götzli weiß, dass er in TeamSpeak rennen kann? Ah, er hat mir erwischt. Ah, okay, der Bogen, der ist cool. Bogen ist cool. Früher haben wir einen Krieg verlauft. Da hat man jetzt sogar jedes Item, das man kriegt hat, einen Bogen und dann wollte keiner mehr den Scheiß. Nice. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Ein Prometheus. Ja, ein F&F. Du musst ja hin und wieder schauen, aber Spy ist, ich bin ja gerade dreimal um dir herum Glauben, wenn du anvisierst, ziehst mich nicht. Ja, das war das Problem, glaube ich. Mission endet in 60 Sekunden. Ja, jetzt entschiebe ich auch. Alarm, Eroberung des Kontrollpunkts. Oder du sagst einfach, wenn du in meiner Nähe bist. Na, was macht er? Na, ich bringe da noch weitere Sniper um. Sniper sind alle so dumm, wie wenn du gerade hier legst, Sniper ausdreckst. Ah, Pyro sind die größte Gefahr von Spiles, weil es einfach rundherum Feuer machten. Ich bin ja nicht. Take it easy. Take it easy. Smart. Angriff auf den Kontrollpunkt. Mission endet in 10 Sekunden. Scheint so, als ob wir gewinnen würden. Nein! Ich will nichts sagen, ich dominiere dich gerade. Ich mache gerade euer ganzes Team abmetzeln. Ja, 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 ja. Aber wir verlieren gerade. Du musst mich verstecken. Wirklich, es hat bei uns bei 0 Sekunden aufgehört. Ja, blöd. Es ist noch nicht aus, es ist Overtime. Weil es ist, wenn wir gerade mal oben sind, da die Zeit rauskommt. Ah, da ist einer in unserem Spawn drin. Oh, ich hab's gewonnen aber. Ja, ok, komisch. Ah, 10, 1, 10 Kills, 1 Death. Ah, ich stehe auf das Spiel. So. Ich will immer wie ein CSGro die Waffen so wechseln mit der Snipe. Ja, auch. Ich spiel sogar noch. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wir haben Pyro gemessert. Ich glaube, wir haben das Geld. So, ich habe das Geld so einblaschen. Ich hatte das Geld.